Willkommen in meiner Zahnbürsten- und Zahnpastafabrik, Henry. Unser Ziel ist es, dass unsere Zahnbürsten landesweit in aller Munde sind. Also sei schlau und nutze die Gelegenheit, mein junger Freund. Pass gut auf und lerne. Und dann kannst du eines Tages vielleicht auch für mich arbeiten. Ich versuche mein bestes Chef, äh, Herr Best. Ich versuche aufzupassen und zu lernen. Ich mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was, du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was Herr Best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar, wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt zehn Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry. Du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich hab Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater dein Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist. Schmeckt toll! Guter Tee, Wille! Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollt's verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat's mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahl ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss. Und da kannst du gar nichts machen. Glaubt mir, das wird dir noch leid tun. Wer hätte auf Henry hören sollen. Wer konnte ahnen, dass unser lieber Henry Menschen fressen und Hühnern zum Opfer fällt. Ich esse nie wieder ein Omelette. Henry? Rein! Nein! Ich wohne in der Stadt. Ich fahr nicht mit. Komm sofort her! Jetzt schnall dich an und benimm dich endlich. Ui! Schaut mal! Eine Waldtaube! Gehen wir, Henry! Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön. Aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper-Sapper-Marathon verpassen? Henry, 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 ein Kleiber. Henry, Henry, ein Kleiber. Ganz, 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 ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Ich kann gar nichts sehen. Mh, riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht denke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau! Aber das ist doch ein... Wespennest. Die stechen doch, oder? Äh, nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh! Frere Jacque, Frere Jacque, Dorme, Blu, Blu. Sing, Peter, sing, Sonne, Limmertine, Sonne, Limmertine. Peter! Komm von dem Wespennest weg! Schon gut, Papa. Ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne, Limmertine. Peter, nicht! Natürlich stechen Sie. Komm jetzt darunter. It's so easy being me Come home, Henry Hier, bitteschön, Laura Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist Schön, dann reich ihn mal rüber Und den Mais auf einen Extra-Teller Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt Ja, und steckt Laura in ein Extra-Zimmer Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss Autsch, Henry hat mich getreten Nein, das war ich nicht Das ist ja so peinlich für uns Sei nicht so gemein, Henry Wenn ich König bin, dann zeige ich der launischen Laura, wer, wer der König ist Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen Hilf! Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst Gute Nacht, Häschen Gute Nacht, Häschen Gute Nacht, Häschen Laura war das, Peter Warum sagst du's nicht Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie Das ist ganz unhöflich Unhöflich? Du bist nur zu feige, du Zwerg Sie schnüffelt in meinem Zimmer in all meinen Sachen rum Das ist es! Genau! Ja! Laura ist unser Gast Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen Und morgen heißt es, Henry ist wieder da Hä? Was? Hör auf! Hör sofort damit auf! Oh, um Himmels willen, Laura Laura, es ist erst 6 Uhr morgens. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Und ich übe immer vor dem Frühstück. Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück. Alles klar, Operation Ciao-Ciao-Laura ist angelaufen. Boah, Mädchenzeug in meinem Zimmer. Um das mal klarzustellen, was kriegen finde ich gut, was geben finde ich blöd. Doch bei manchen Sachen bin ich bereit eine Ausnahme zu machen. Du gibst doch nicht die Pupsi-Stupsi-Trinky-Winky-Krabbel-Brabbel-Puppe her, die dir Tante Grete zu Weihnachten geschenkt hat. Mama, Tante Grete denkt, ich sei ein Mädchen. Und das hier ist für meine allerliebste Nichte Henriette. Ich heiße Henry Tante Grete und ich bin ein Junge. Zunge? Nein, das ist nichts zu essen, Henriette. Eine Puppe! Was soll ich denn mit einer Puppe anfangen? Die oder gar nichts. Vielen Dank, Henry. Also, keiner von euch darf in nächster Zeit ins Wohnzimmer kommen. Ich muss die Schatzkarte für das Piratengewinnspiel malen. Du malst die Schatzkarte hier? Tja, irgendjemand muss das ja machen. Sie malt die Schatzkarte hier, bei uns zu Hause. Das ist es! Genau! Die Wasserkanone gehört schon mir. Die Wasserkanone gehört schon mir. Nummer 42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Hä? Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwinde, Zwerg! Ich muss mir einen loskaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Äh, dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in einem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke! Hey, komm zurück! Martin, halt ihn auf! So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich, ich muss doch so... Ach, sei nicht so schüchtern. Versuch's einfach mal. It's so easy being me. Come on, Henry. Oh, ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Na ja, du wirst es schon überleben. Ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich habe nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaube, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du keinen Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allem wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter, deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Genial! Genial! Süßigkeiten sind ungesund, Henry. Ich habe für den 400 Meter Lauf trainiert und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten. Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch. Wenn man willensstark ist, schon. Was du nicht sagst! Mh, die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker. Oh, saure Fruchtgummibällchen. Die mag ich am liebsten. Mh, magst du ganz sicher keins? Oh, oh. Stellt euch jetzt bitte zum Dreibein-Wettlauf auf. Der Dreibein-Wettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich, ähm, ähm... Laura? Du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch! Der Wettlauf fängt... Ich muss einen Zahn verlieren! Na, kommt schon! Wackelt! Ihr sollt wackeln! Die blöden Zähne bewegen sich nicht. Als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Hahaha. Das kann ja noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt ihr ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilft mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay. Eins, zwei, drei! Oh! Sie sind alle noch drin! Äh, Henry? Äh... Aha! Martin, ich geb's zu. Das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdien jetzt deine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf. Das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir ein Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein? Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Naja, wenn du versprichst, alles aufzuessen... Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Jetzt gehörst du auch zu uns, Henry. Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufäst. Oh. Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lasse mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein Muffin. Ja, ganz genau. Süßes ist verboten. Oh, das ist echt gemein. Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen. Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag. Gebt mir deine Süßigkeiten. Ja. Oh, ist doch nur Plastik. Jetzt habe ich dich. Wenigstens ein Ort, an dem ich vor der miesen Martha sicher bin. Hä? So was? Leckereien? Hat keiner von euch Leckereien dabei? Oh. Ha. It's so easy being me. Come on, Henry. Henry, bitte hilf deiner Mutter. Hilfe! Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie. Die Tür war offen, also dachten wir, wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Psst, ich habe dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine kriege ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Gut, Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder. Oh, äh, danke Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich stecke fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. Mutter! Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Nee, ich stecke's. Untertitelung. BR 2018